Jo, morgen Leute, herzlich willkommen zu Woche 7 mit den Produkten der NFL National Football League Season 2020 wenn die Free 2024 Prediction losgeht. Alle Primetime-Spieler, Thursday Night, Sunday Night und Monday Night live auf The Zone und alle Sonderpartien in der deutschen Endzone, in der Saisonkonferenz und vereinzelt auf RTL und RTL Plus losgeht heute um 2.15 Uhr Thursday Night Football live auf The Zone und in NFL Game Pass auf The Zone wie auch jedes Spiel. New Orleans Saints gegen Jacksonville Jaguars. Das Ganze geht 13 zu 19 an für die Jacksonville Jaguars. Herzlichen Glückwunsch. Dann Übermorgen am Sonntag um 19 Uhr Baltimore Ravens unterliegen die Detroit Line 14 zu 18. Die Chicago Bears verleihen gegen Las Vegas, Florida 19 zu 22. Dann Indianapolis Bulls ging Cleveland Browns. Das Ganze geht 3 zu 33 als für die Cleveland Browns. Herzlichen Glückwunsch. Dann Divisional Revival Games. Dann Divisional Revival Games. Revival Games. Revival Games. New England Patriots in Vorback Jersey. Wahrscheinlich gegen Buffalo Bills. Das Ganze geht 13 zu 10 an für die New England Patriots. Herzlichen Glückwunsch. Dann Divisional Revival Games. Dann Divisional Revival Games. New York Giants gegen Washington Commander. Das Ganze geht 3 zu 13 aus für Washington. Herzlichen Glückwunsch. Timber Bay Buccaneers gewinnen gegen Estländer Falcons. 16 zu 0. Dann um 22 Uhr 5. Los Angeles Rams schlägt Pittsburgh Steelers. 16 zu 14. Die Seattle Seots unterliegen die Arizona Cardinals. 15 zu 17. Um 22 Uhr 25. Kansas City Chiefs gewinnen gegen Los Angeles Chargers 21 zu 19 nach Overtime. Denver Broncos unterliegen Green Bay Packers. 17 zu 20 auch nach Overtime. Dann Sunday Night Football. Montag um 22 Uhr live auf der Zone und im NBA NFL Game Pass auf der Zone. Philadelphia Eagles gegen Miami Dolphins. Das Ganze geht 35 zu 31 aus für die Philadelphia Eagles. Herzlichen Glückwunsch. Glückwunsch. Und Monday Night Football. Dienstag um 22 Uhr 15. Live auf der Zone und im NBA Game Pass auf der Zone. Mit der Zone und im NBA Game Pass auf der Zone und im NBA Game Pass auf der Zone. Das Ganze geht 21 zu 42 aus für die 49er. Herzlichen Glückwunsch. Und einer Bay Week haben die Carolina Panthers, Cincinnati Bengals, Dallas Cowboys, Houston Texans, New York Jets und Tennessee Titans. So, das war's von Woche Siegen. Mit den Predictions der NFL National Football League. Saison 27-23-2024. So, wenn er auf das wieder gefallen hat, lasst ein Dörmchen nach oben da. Wenn jetzt keiner hoch, dann ist das Blöckchen, dass mir das jetzt nicht gut ist gewesen. Dann wird uns wieder keine Böcke, die können auf den Schöner bestellen. Dann wird uns wieder auf den Schöner bestellen. Aber dann würde uns noch mal auf den Schönerbladen schauen, bis dann auf den Schöner bestellen.